Unsere hübsche dunkle Augen, wie bei einer Jüdin. Ich dachte, es gibt keine Juden mehr in Berlin. Was machst du? Du bist verrückt. Ich will hier bleiben. Ich will leben. Sie möchte sie blond haben. Ich hab doch gar nichts gesagt! Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Jungen? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. Wo ist er? Vielleicht haben die ihn. Wenn ich in zwei Stunden nicht zurück bin, dann... Die müssen Flugblätter machen. Es geht hier um Leben und Tod. ... ... ...